Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deutschkurs Interaktiv. Ja, mein Name ist Johannes Hinterberger und ich habe vergessen, mein Mikrofon aufzusetzen, aber jetzt habe ich es da. Herzlich willkommen zum Deutschkurs Interaktiv. Immer wenn man hier Deutschkurs Interaktiv sieht, dann bedeutet das für euch, dass ihr bei dem Quiz mitmachen könnt und ihr könnt eure Deutschkenntnisse überprüfen. Wenn ihr etwas noch nicht wisst, dann ist das nicht schlimm, denn dann wisst ihr, ah, da muss ich noch etwas dazu lernen. Also, aber was spreche ich? Lasst uns gleich beginnen. So funktioniert das und zwar immer montags um 21.30 Uhr beginnen wir live auf FS1 im Fernsehen und auf dieser Facebook-Seite, ja, Deutschkurs bei JoffeTV. Ihr könnt auch einen eigenen Beitrag schreiben mit at Deutschkurs FS1 Okto Dorf TV und schon seid ihr direkt auf dieser Seite und könnt mitmachen. Wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle schon hier seid. Ja, Grüße auch zurück nach Stuttgart. Lala, vielen herzlichen Dank. Raida, schönen guten Abend. Nina, schönen guten Abend. Ihr seid bestimmt schon bereit und deshalb werde ich gleich die erste Frage öffnen. Ja, und zwar beantworte die Frage, wie lautet der Plural zu dem Wort Genus? Ich wiederhole die Frage, wie lautet der Plural zu dem Wort Genus? Ist das 1A die Genus? Ist das 1B die Genie? Ist das 1C die Genera? Oder ist das 1D die Gene? Ich starte den Zähler, das ist unsere Aufwärmrunde. Und ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit. Tippt bitte 1A, 1B, 1C oder 1D in die Kommentare. Schönen guten Abend, Dien. Hallo, grüß dich. Tippt gleich die richtige Antwort in die Kommentare und schickt den Kommentar ab. Ich kann oben nicht alle Kommentare sehen, aber antwortet trotzdem, ja. Denn ihr habt dann eine Antwort abgegeben und könnt für euch dann die Antwort sozusagen fixieren. Hallo, schönen guten Abend, Lenker. Ja, ich habe auch hier noch zusätzlich mein Telefon. Asma schreibt schon 1C. Und ich öffne auch gleich die Kommentare, damit ich sehen kann, was alles geantwortet wird. Auch diese Antworten, die mir Facebook nicht zur Verfügung stellt. Also Asma tippt auf 1C. Es ist noch ungefähr eine Minute Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ich bin schon sehr gespannt. Lydia, hallo, schönen guten Abend. Es tut mir so leid, aber ich kann koreanische Schriftzeichen noch nicht lesen. Du tippst auf C. Dann Hassan tippt auf 1A. Ja, Hassans Beitrag kann ich jetzt hier oben nicht sehen. Facebook schickt mir leider nicht alle Kommentare. Aber ich habe auch hier mein Handy. Und da kann ich dann auch noch mal schauen. Schönen guten Abend. Ära, glaube ich, ist dein Vorname. Lala schreibt 1C. Und Mustafa tippt auf 1C. Die Genera. Hm, ob das stimmt, werden wir in 10 Sekunden wissen. Branka tippt auf C. Noch 3 Sekunden bis zur Antwort. Und die richtige Antwort ist natürlich 1C. Die Genera. Jawohl. Falls du falsch getippt hast, macht das nichts. Dann weißt du, ah, ich muss da noch etwas dazu lernen. Die nächste Frage. Welche drei Genera gibt es? Ich werde die Frage wieder vorlesen. Und zwar, beantworte die Frage. Welche drei Genera gibt es? 2A, Vater, Mutter, Kind. 2B, Maskulin, Feminin, Neutral. 2C, Haben, Sein und Werden. Oder 2D, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, also es sind auch ein paar lustige Antwortmöglichkeiten auch dabei. Ich starte den Zähler. Und Love, Dream, Ali. Ich weiß nicht, ob Love, Dream oder Ali dein Vorname ist. Schönen guten Abend auf jeden Fall. Du tippst auf 1B. Und Hagos hat noch geschrieben, guten Abend. Die Antwort ist die Genera. Ja, genau. Da hast du recht. Hm, welche drei Genera gibt es? 2A, Vater, Mutter, Kind. 2B, Maskulin, Feminin, Neutral. 2C, Haben, Sein und Werden. Oder 2D, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, es gibt auch lustige Antworten. Hm, überlegt gut. Eines davon sind ja die Hilfszeitworte. Muster verschreibt. 2B, Maskulin, Feminin, Neutral. Ja. In 56 Sekunden wissen wir, ob du richtig getippt hast. Hm. Ja, das ist ganz einfach. Also diesen Begriff Genera hört man zum ersten Mal wahrscheinlich bei A1. Und bei A2 hört man das öfter. Hm. Lala schreibt. 2B, also Maskulin, Feminin, Neutral. Noch 13 Sekunden. Es gibt 67 Zuseher und Zuseherinnen über Facebook. Kommt schon. Gebt eure Antworten ab. Wenn es falsch ist, dann könnt ihr dazulernen. Noch 3 Sekunden. Branka schreibt. Ich denke B. Und die richtige Antwort ist. Natürlich Maskulin, Feminin und Neutral. Ihr kennt das von den deutschen Nomen. Also von diesen Worten, die Artikelwörter dabei haben. Oder auch sogenannte Begleiter dabei haben. Und da gibt es zum Beispiel der, die, das, des, dem, den. Und ein, einer, eines, einem, einen, ein er. Und dann gibt es noch mein, meiner, meines, meinem, meinen, mein er. Und sein, seines, seinen. Und so weiter. Ja. Es gibt sehr viele Artikelwörter. Auf jeden Fall gibt es diese drei Bezeichnungen. Maskulin, Feminin und Neutral. Hallo, Rogerio. Schönen guten Abend. Die nächste Aufgabe. Jetzt geht es um das Thema Satzarten. Beantworte die Frage. Was gehört nicht zu den Satzarten? Ist das 3a Aussagesatz? Ist das 3b Ausrufesatz? Ist das 3c Fragesatz? Oder ist das 3d Kaffeesatz? Was gehört nicht zu den Satzarten? Zwei Minuten ab jetzt. Ihr könnt jetzt wieder antworten. Tippt eure Antworten in die Kommentare. Entweder 3a oder 3b oder 3c oder 3d. Beantworte die Frage. Was gehört nicht zu den Satzarten? Ist das 3a Aussagesatz? Ist das 3b Ausrufesatz? Ist das 3c Fragesatz? oder 3d Kaffeesatz? Mustafa tippt auf 3d Kaffeesatz? 3a Aussagesatz, 3b Ausrufesatz, 3c Fragesatz oder 3d Kaffeesatz? Noch eine Minute. Oh, ich habe mich... Ja, Cebochon, du hast recht. Ich habe mich vertippt. Es ist natürlich Fragesatz, nicht der Fagesatz. Ich meinte den Fragesatz. Rogerio tippt auf Kaffeesatz. Kommt schon, das wisst ihr. So schwierig ist das nicht. Aussagesatz, Ausrufesatz, Fragesatz, ja, da fehlt das R und Kaffeesatz. Was gehört nicht dazu? Noch 5 Sekunden und die korrekte Antwort ist... Natürlich der Kaffeesatz. Ja, der Kaffeesatz ist das, was übrig bleibt, nachdem man sich einen Kaffee gemacht hat. Ja, das Kaffeepulver, das übrig bleibt, ist der sogenannte Kaffeesatz. Die nächste Frage. Was gehört nicht dazu? Und überlegt euch auch, warum es nicht dazu gehört. Wir nehmen uns danach 3 Minuten Zeit, denn da muss man gut nachdenken. Beantworte die Frage. Was gehört nicht dazu? A. Friseur. B. Friseur. C. Frisur. D. Frisurin. Lala tippt noch 3c. Manches Mal dauert die Übermittlung ein bisschen. Ja, jetzt sind wir aber bei der Frage 4. Und hier beantworte die Frage, was gehört nicht dazu? 4a. Friseur. 4b. Friseur. 4c. Frisur. Oder 4d. Frisurin. Ich starte den Zähler. Wir nehmen uns insgesamt 3 Minuten Zeit. Was immer schreibt Friseur? Man könnte so überlegen, was ist ein oder eine Friseur? Der Friseur, die Friseur, das Friseur. Welchen Artikel hat das? DIN schreibt Frisurin und Branka tippt auf C. Nurkan tippt auf Frisur. Was passt nicht dazu? Und vor allem auch, warum passt es nicht dazu? Wenn man das Warum weiß, dann ist das einfacher. Was gehört hier nicht dazu? Ist das 4a Friseur? Ist das 4b Friseur? Ist das 4c Frisur? Oder 4d Frisurin? Was passt nicht dazu? Was passt nicht dazu? Ich erhalte jetzt am Handy auch keine Kommentare. Ah, jetzt ist wieder etwas gekommen. Martha sagt Friseur. Passt nicht dazu? Was passt nicht dazu? Ob das stimmt? Nurkan schreibt Feminin Bitte schreibe einen ganzen Satz. Nur wenn du ganze Sätze schreibst, weiß ich genau, was du meinst. Frisur, die Frisur. Der Friseur. Der Friseur. Oma tippt auf 4b Friseur. Noch 42 Sekunden. Dann kommt die Auflösung. Billy schreibt Friseur. Billy schreibt Friseur 4b. Das ist sehr spannend, denn hier gibt es zwei Wörter, die sind gleichbedeutend. Und dann gibt es ein Wort, das es gibt, und dann gibt es ein Wort, das es nicht gibt. Noch 10 Sekunden bis zur Antwort. Und die richtige Antwort ist Frisurin. Der Plural zu Frisur wäre Frisuren. Frisurin gibt es nicht. Friseur, also 4a, ist eine Schreibweise, die in der deutschen Sprache in Ordnung ist. Das ist die klassische Schreibweise. Seit gar nicht allzu langer Zeit darf man Friseur auch mit Ö schreiben. Beides ist der Beruf, der Friseur. Der Friseur. Frisur ist das hier. Also das, was ich jetzt hier auf dem Kopf habe, ist die Frisur. Aber Frisurin gibt es nicht. Aber es gäbe die Frisuren. Frisuren wäre der Plural zu dem Wort Frisur. Die nächste Frage. Ja. Was bedeutet TK Molo? Leute, die Deutsch als Fremdsprache oder als Zweitsprache lernen, stoßen irgendwann auf diese Abkürzung, auf TK Molo. Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen sagen dann immer, du musst unbedingt TK Molo beachten. Also was kann TK Molo bedeuten? Bedeutet das 5a, telefonieren, kartografieren, monologisieren und logisieren oder 5b, temporal, kausal, modal, lokal oder 5c, testimonial, katastrophal, monikalial und locusareal. Tja, was bedeutet das? Ich starte den Zähler. Ich denke 2 Minuten. Nein, machen wir 3 Minuten, denn ihr braucht Zeit zum Antworten. Lala tippt auf 5b, temporal, kausal, modal, lokal. Branka tippt auf a, telefonieren, kartografieren, monologisieren und logisieren. Muster verdenkt, temporal, kausal, modal, lokal. Das habt ihr von mir bestimmt auch schon mindestens 100 Mal gelesen oder gehört. Hm, TK Molo. Ja, normalerweise ist das kein Hashtag, aber ich benutze im Internet das immer als Hashtag, damit man sofort sieht, ah ja, genau, TK Molo. Damit man es auch anklicken kann und dann kann man viele Beiträge zum Thema TK Molo finden. Hm, noch ungefähr 2 Minuten habt ihr Zeit. Ja, was könnte es sein? Einen wunderschönen guten Abend, Tukana. Hallo, grüß dich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Tukana dein Vorname ist oder Maka dein Vorname ist. Das weiß ich jetzt nicht. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich dich falsch anspreche. Ich möchte dich mit dem Vornamen ansprechen. Vielleicht schreibst du mir in die Kommentare, welcher deiner Namen der Vorname ist. Mach gleich mit, was bedeutet TK Molo? 5a, telefonieren, kartografieren, monologisieren, logisieren. Oder 5b, temporal, kausal, modal, lokal. Oder 5c, testimonial, katastrophal, monikalial oder locusareal. Also und locusareal. Hm, noch ungefähr eine Minute. Ja, ich weiß, ihr wisst das alle. Kommt schon. Tippt mir die Antwort in die Kommentare, damit ich auch eure Antworten vorlesen kann. Ich stelle die Frage noch einmal. Sicher ist sicher. Beantworte die Frage, was bedeutet TK Molo? 5a, telefonieren, kartografieren, monologisieren, logisieren. 5b, temporal, kausal, modal, lokal. Oder 5c, testimonial, katastrophal, monikalial, locusareal. Also ist dein Spitzname. Danke für die Information. Ah, danke schön. Also TK Anna, danke. Ja, mach gleich mit. Rate mit, welchen Buchstaben würdest du tippen? 5a oder welche Kombination? 5a, 5b, 5c. Ich schaue jetzt nach, denn die Zeit ist abgelaufen. Die richtige Antwort ist natürlich 5b. Temporal, kausal, modal, lokal. Die nächste Aufgabe. Das ist wieder etwas, das alle wissen sollten. Und zwar beantworte die Frage, wie viele Kasus gibt es in der deutschen Sprache? 6a, 7, 6b, 5, 6c, 4 oder 6d, 0. Die Zeit läuft ab jetzt. Wir nehmen uns wieder die 3 Minuten Zeit, denn auf Facebook ist der Stream auch etwas verzögert, damit ihr alle dann auch antworten könnt. Ja, also, ich sehe momentan keine Kommentare. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe momentan keine neuen Kommentare. Hm. Ja, ich sehe, Emina sitzt so. Emina, mach mit. Schreib deine Antwort als Kommentar. 6a, 7, 6b, 5, 6c, 4 oder 6d, 0. Arad sagt, ich schreibe immer in den Kommentar oder in die Kommentare, aber ich kann es oben in der Leiste nicht sehen. Meine Frage ist, was hier das Problem ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, manche Kommentare kann ich sehen, manche nicht. Facebook entscheidet, welche Kommentare hier oben gezeigt werden. Und nicht ich. Hagos schreibt, ich bin sicher 4. Gutjam, hallo, schönen guten Abend. Oder Saida, ich weiß nicht, ist Saida dein Vorname oder Gutjam? Bitte schreibe es mir in die Kommentare und rate gleich mit. Gut, ja, jetzt bekomme ich einige aufs Handy, die ich hier nicht sehen kann. Und zwar, Scherosbeck sagt, 6c, dann, ja, das war es auch schon wieder. Mehr kann ich am Handy auch nicht sehen. Noch 1 Minute und 20 Sekunden. Aber wichtig ist, dass ihr die Antwort für euch selbst festhaltet, Denn nur dann könnt ihr nachher für euch selbst, wie soll ich sagen, wissen, ob ihr richtig getippt habt. Im Nachhinein kann jeder sagen, ja, ja, das habe ich ja gewusst. Ja, aber tippt es hinein. Mustafa schreibt 6c, 4, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Tukaana, vielleicht schaust du dir den Kommentar von Mustafa an. Vielleicht hast du die Begriffe Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ schon mal gelesen oder gehört. Noch 37 Sekunden. Wie viele Kasus gibt es in der deutschen Sprache? 7, 5, 4 oder 0? Ja, Nominativ, Dativ, Akkusativ und Genitiv, das ist die alternative Reihenfolge. Die lernt man zwischen A1 und A2, denn da gibt es Ähnlichkeiten bzw. größere Unterschiede. Tukaana sagt, schon gelesen, super und die richtige Antwort ist natürlich 4. Ja, bevor wir jetzt die nächste Frage vorlesen oder bearbeiten, genau Tukaana, die 4 Fälle. Man spricht auch von einem Kasus oder mehreren Kasus, da ist der Plural auch Kasus. Genau, ach so, die 4 Fälle, genau das ist das, jawoll. Die nächste Frage. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Ich wiederhole, zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Wenn ich nur nicht so müde wäre. Ich wiederhole, wenn ich nur nicht so müde wäre. Ist das 7a irrealer Wunschsatz, 7b surrealer Aussagesatz, 7c skurriller Fragesatz oder 7d komischer Ausrufesatz? Ich starte den Zähler und ihr habt genug Zeit zu antworten. Ja, Julia meint 7a natürlich. Hm, in 2 Minuten und 49 Sekunden wissen wir es genau. Ich lese nochmal vor. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Wenn ich nur nicht so müde wäre, ist das 7a irrealer Wunschsatz, 7b surrealer Aussagesatz, 7c skurriller Fragesatz oder 7d komischer Ausrufesatz. Ja, hm. Hm, ich weiß schon, manche Antworten sind sehr lustig, manche gibt es auch gar nicht. Ja, die habe ich extra für euch erfunden. Hm, ja, also irrealer Wunschsatz, skurriller Aussagesatz. Nein, Entschuldigung, surrealer Aussagesatz, skurriller Fragesatz oder komischer Ausrufesatz. Ihr habt bestimmt mindestens von einem bereits gehört. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Wenn ich nur nicht so müde wäre, 7a irrealer Wunschsatz, 7b surrealer Aussagesatz, 7c skurriller Fragesatz oder 7d komischer Ausrufesatz. Wer schon geantwortet hat, kann gerne all seine Freunde und Freundinnen einladen, um mitzumachen oder aber auch um mitzulernen. Denn es gibt ja nicht nur am Montag den Deutschkurs interaktiv, sondern auch an jedem anderen Tag gibt es auch kostenlose Lerneinheiten. Es gibt am Donnerstag auch immer den B2-Kurs auf unserer Facebook-Seite. Dann jetzt ab Mittwoch den A1-Kurs. Also das wird sehr spannend. Ja, und tagtäglich gibt es auch den Deutschkurs Call-In. Da kann man sich von mir anrufen lassen und dann können wir über verschiedenste Themen miteinander sprechen. Ja, Tukana würde gerne wissen, was ein skurriller Fragesatz sein soll. Ja, ich denke, da geht es anderen auch so. Also, Muster vertippt auch auf 7a, irrealer Wunschsatz. Noch 8 Sekunden. Und dann wissen wir die Antwort mit Bestimmtheit. Die richtige Antwort ist natürlich 7a, irrealer Wunschsatz. Den surrealen Aussagesatz, den skurrilen Fragesatz und den komischen Ausrufesatz habe ich heute extra für euch erfunden. Ja, die nächste Aufgabe. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Ich blende den Zähler nochmal aus. Ja, also zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Lass mich mal bitte in Ruhe, ihr zwei. Ich wiederhole. Lass mich mal bitte in Ruhe, ihr zwei. Ist das 8a, Alternativfrage? Ist das 8b, Aufforderungssatz? Ist das 8c, Wunschsatz? Oder 8d, Rhetorische Frage? Ich starte den Zähler. Die Zeit läuft ab jetzt. Mirjana hat noch vorhin kommentiert, und zwar 7a, irrealer Wunschsatz. Das war natürlich korrekt. Doch jetzt sind wir bei der Aufgabe. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Lass mich mal bitte in Ruhe, ihr zwei. Ist das 8a, Alternativfrage? Ist das 8b, Aufforderungssatz? Ist das 8c, Wunschsatz? Oder ist das 8d, eine rhetorische Frage? Ah, da tippt 8, 8b, 8b. Ah, du möchtest Facebook austricksen? Ja, vielleicht hat das funktioniert. Ja, bitte, wenn ihr wollt, dann tippt auch irgendwelche Buchstaben und dann zum Schluss 8a, 8b, 8c oder 8d. Vielleicht kommen dann mehr Fragen oder mehr Lösungsvorschläge durch. Wollen wir das mal ausprobieren? Genau. Schaut euch das an, wie Ada das gemacht hat. 8, 8b, 8b. Ich weiß genau, dass Ada 8b meint, und zwar den Aufforderungssatz. Mach das bitte auch so, tippt einfach irgendwelche anderen Buchstaben und dann ganz zum Schluss zum Beispiel 8a oder 8b oder 8c oder 8d. Vielleicht funktioniert das. Das könnte es sein. In einer Minute und 23 Sekunden wissen wir auf jeden Fall die richtige Lösung. Ich lese nochmal vor. Aufgabe. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Lasst mich mal bitte in Ruhe, ihr zwei. 3 ist das 8a, Alternativfrage, 8b, Aufforderungssatz, 8c, Wunschsatz oder 8d, rhetorische Frage. Also hallo 8b, Christina, das hat funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Julia schreibt Servus 8b. Das ist ja eine schöne Idee. Das macht ihr toll. Ja genau, immer ein anderes Begrüßungswort. Etwas Sinnvolles. Ja, das ist eine gute Idee. Ich lese die Aufgabe nochmal vor, dann kommt ohnehin die Lösung. Zu welcher Satzart gehört dieser Satz? Lasst mich bitte in, Entschuldigung, lasst mich mal bitte in Ruhe, ihr zwei. 8a, Alternativfrage, 8b, Aufforderungssatz, 8c, Wunschsatz oder 8d, rhetorische Frage. Mirjana schreibt Wunschsatz, also 8c. Nurkern schreibt Imperativ. Das steht gar nicht zur Auswahl. Naja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Aber den sogenannten Imperativ kann man unterteilen in verschiedenste Satzarten. Und das hier gehört zu dem sogenannten Aufforderungssatz. Jawohl. Genau. Mirjana sagt, das ist keine Frage. Da hast du völlig recht. Die nächste Frage ist, was ist fehlerfrei? Jetzt müsst ihr ganz genau schauen. Ja, denn hier sieht man vier Sätze und ihr müsst ganz genau nachsehen, ob die Sätze fehlerfrei sind. Mindestens ein Satz ist fehlerfrei. Es können auch zwei Sätze fehlerfrei sein, drei Sätze fehlerfrei sein oder sogar alle Sätze fehlerfrei sein. Ich lese mal vor und dann starte ich den Zähler. Was ist fehlerfrei? Eines ist mindestens korrekt. 9a. Ins Kino willst du gehen? Schön. 9b. Pack die Badehose ein. 9c. Welchen Strand meinst du? 9d. Niemals. Nur im Sommer. Ich starte den Zähler. Schaut euch die Sätze gut an. Jetzt kann ich den Zähler starten. Schaut euch die Sätze gut an. Denn man muss ja ganz genau nachsehen. Ich lese nochmal vor. Eines ist mindestens korrekt. 9a. Ins Kino willst du gehen? Schön. 9b. Pack die Badehose ein. 9c. Welchen Strand meinst du? 9d. Niemals. Nur im Sommer. Aniko schreibt. Gott sei Dank. Guten Abend. Hallo Aniko. Schön, dass du hier bist. Julia schreibt. Alle korrekt. Muster verschreibt. 9b und 9c sind korrekt. Ich finde es schön, dass es eine Uneinigkeit gibt. Dass ihr nicht alle sagt. Ja, ja, alles ist richtig. Und dass es hier auch Unterschiede gibt. Das finde ich toll. Man muss hier wirklich ganz genau schauen. Nurkant schreibt zum Beispiel 9d. Anduela schreibt 9b. Sei korrekt. Zebo schreibt 9a. Und Muster schreibt, alle Sätze sind korrekt. Billi schreibt 9d. Niemals. Nur im Sommer. Das ist der einzige Satz, der korrekt ist. Schau mal genau. Hier ist die Frage. Was ist fehlerfrei? Man kann auch sagen, was ist ohne Fehler? Was ist fehlerfrei? Eines ist mindestens korrekt. Das bedeutet, dass alle korrekt sein können. Oder vielleicht nur drei. Oder vielleicht nur zwei. Aber mindestens eines. Genau. Billy, wenn du bitte noch einmal überprüfst, ob deine Antwort korrekt sein kann. Denn hier steht ja, eines ist mindestens korrekt. La sagt 9b und 9c sind korrekt. Also pack die Badehose ein. Beziehungsweise welchen Strand meinst du? Vielleicht schaust du noch einmal bei 9a nach und sagst mir, was hier falsch sein soll. Noch 24 Sekunden. Ja, in 10 Sekunden gibt es die Antwort. Und die richtige Antwort ist... Sabri schreibt noch B und C. Also die Varianten 9a, 9b und 9c sind korrekt. Und 9d hatte einen Fehler. Und zwar schreibt man niemals mit sogenanntem langen I. Ja, hier war ein Schreibfehler. Ich zeige es euch noch einmal im Vergleich. Also niemals war hier mit kurzem I. Nur mit dem einen kleinen I. Aber niemals schreibt man ja mit langem I. Die nächste Aufgabe. Was ist fehlerfrei? Eines ist mindestens korrekt. 10a. Ali und Gerda duschen. 10b. Er putzt sich jeden Tag die Zähne. 10c. Wir müssen noch einkaufen. 10d. Norbert heizt mit Kohle. Tukaana fragt noch einmal wegen 9a. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück. Welchen Strand meinst du? Ja, das ist ein Fragesatz. Das ist ja auch okay. Er ist ja trotzdem okay. Er ist ja nicht fehlerhaft. Also, was ist fehlerfrei? Ich starte den Zähler und lese die Frage nochmal vor. Was ist fehlerfrei? Eines ist mindestens korrekt. 10a. Ali und Gerda duschen. 10b. Er putzt sich jeden Tag die Zähne. 10c. Wir müssen noch einkaufen. 10d. Norbert heizt mit Kohle. Eines ist mindestens korrekt. Ali und Gerda duschen. Er putzt sich jeden Tag die Zähne. Wir müssen noch einkaufen. Und Norbert heizt mit Kohle. Ihr könnt das Telefon ins Querformat nehmen. Dann könnt ihr auf Facebook das besser sehen. Mirjana sagt 10b, 10c und 10d. Das ist Lava. Hallo, schönen guten Tag. Guten Abend. Meint B ist fehlerfrei. Anduela schreibt B und D sind fehlerfrei. Saturi schreibt 10d ist fehlerfrei. Also Norbert heizt mit Kohle. Oder meinst du, das ist der Satz mit dem Fehler? Du musst aufpassen. Es geht darum, was ist fehlerfrei? Was ist ohne Fehler? Muster verschreibt 10a und 10c. Also Ali und Gerda duschen. Sowie Norbert heizt mit Kohle. Schönen guten Abend zurück. Noch eine Minute. Dann Anduela schreibt 10b, cd. Das sind die Varianten, die korrekt sein sollen. Weil was ist fehlerfrei bedeutet ja, was ist ohne Fehler? Was stimmt? Sabri schreibt 10c und d oder und. Ich glaube, du meinst 10c und 10d seien fehlerfrei. Bei Ara treibt 10a und 10c. Noch 20 Sekunden. Ich sehe gerade auf meinem Mobiltelefon, dass Facebook heute nur 15 Sekunden Zeit verzögert ist. Das ist gut so. Acht Sekunden noch. Acht Sekunden noch. Und die richtige Antwort ist. Ja. 10a und 10c sind fehlerfrei. 10b hat den Fehler putzt. Putzt schreibt man mit tz. Das kommt vom Putzen. Ja. Und heizt. Da ist auch ein Fehler. Heizen schreibt man ohne tz. Jetzt ist es interessant. Was passt hier alles? Hier steht der Satz. Nachdem Martina die Rechnung... ...komma... ...piet noch ein Eis. Ich wiederhole. Nachdem Martina die Rechnung... ...komma... ...piet noch ein Eis. Was passt hier alles? Bestellt plus aas. Gekauft hatte plus beglich. Bezahlt hatte plus kaufe. Und... ...also oder... ...und... ...es kann ja sein, dass mehr passt. Beglichen hatte und aas. Ich gebe euch drei Minuten Zeit und ich lese jede einzelne Variante einmal vor. Also... Nachdem Martina die Rechnung... ...also ich muss den Buchstaben auch dazu sagen. Entschuldigt bitte. Also... 11a. Nachdem Martina die Rechnung bestellt... ...aas piet noch ein Eis. 11b. Nachdem Martina die Rechnung... ...gekauft hatte... ...beglich piet noch ein Eis. Nachdem Martina die Rechnung... ...bezahlt hatte... ...das ist jetzt 11c... ...kaufte piet noch ein Eis. Jetzt kommt 11d. Nachdem Martina die Rechnung... ...beglichen hatte... ...aas piet noch ein Eis. Ich wiederhole alle Varianten. Was passt alles? 11a. Nachdem Martina die Rechnung bestellt... ...aas piet noch ein Eis. 11b. Nachdem Martina die Rechnung gekauft hatte... ...beglich piet noch ein Eis. 11c. Nachdem Martina die Rechnung bezahlt hatte... ...kaufte piet noch ein Eis. 11d. Nachdem Martina die Rechnung... ...beglichen hatte... ...aas piet noch ein Eis. Ja, jetzt kommen die Antworten. Ich blättere hier nochmal nach oben... ...damit ich alles schön zeigen kann. Und zwar... ...muster versagt... ...11d beglichen hatte aas. Ismeta meint 11c und 11d. Die Frage ist ja... ...was passt alles? Hier kann auch wieder eines korrekt sein. Es könnte auch alles korrekt sein. Die Frage ist... ...was passt hier alles? Mirjana schreibt... ...11a. Sind das alle, die passen? Was passt hier? Wenn man weiß, was nicht passt... ...dann kann man auch sagen... ...was hier passt. Ich lese es nochmal vor. Noch 13 Sekunden... Eva schreibt 11c und 11d passen. Und die korrekte Antwort ist... ...beglichen hatte. ...11d beglichen hatte aas. Es passt hier nur eines. Lass es uns ansehen. Also, hoppla. Also, nachdem Martina die Rechnung bestellt... ...eine Rechnung... ...bestellen... ...hmmm... ...ja. Also man kann ein Getränk bestellen... ...aber die Rechnung fordert man an. Ja, die wird angefordert... ...aber sie wird nicht bestellt. Dann haben wir hier... ...gekauft hatte... ...beglichen. Die Rechnung kann man bezahlen... ...oder begleichen... ...aber man kann die Rechnung... ...nicht... ...kaufen. Ja, das ergibt keinen Sinn. Aber jetzt kommt es. Hier steht da... ...11c bezahlt hatte... ...kaufe. Nachdem Martina die Rechnung bezahlt hatte... ...ja... ...sie hatte die Rechnung bezahlt... ...das ist Plusquamperfekt... ...aber... ...kaufe ist im Konjunktiv... ...das ergibt hier irgendwie keinen Sinn. Und beglichen hatte aas... ...das ist die einzige Variante... ...die hier Sinn ergibt. So, was passt hier? Was passt hier? Also... ...nüs, nüs, 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 nüs... ...komma, nüs, 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 nüs... ...er nüs, nüs... Keine Sorge, ich lese alle Varianten vor. 12a Wenn Peter klein wäre... ...würde er Hilfe brauchen. 12b Falls Peter klein hätte... ...wäre er nicht groß. 12c Als Peter klein war... ...wollte er viele Spielsachen. 12d Ob Peter klein ist... ...weiß er nicht. Ich wiederhole alle Varianten... ...aber ich stelle schon mal... ...den 3-Minuten-Zähler ein. Also... ...was passt alles? 12a Wenn Peter klein wäre... ...würde er Hilfe brauchen. 12b Falls Peter klein hätte... ...wäre er nicht groß. 12c Als Peter klein war... ...wollte er viele Spielsachen. 12d Ob Peter klein ist... ...weiß er nicht. ...musterverdenkt... ...musterverdenkt... ...12c... ...als war... ...wollte... ...viele Spielsachen. Du kannst auch gerne... ...immer den ganzen... ...Satz schreiben... ...das ist für dich... ...und für alle einfacher. Aber... ...stimmt das? Ist das die einzige Möglichkeit? Ist das die einzige Möglichkeit? Also... ...als Peter klein war... ...wollte er... ...viele Spielsachen. Ist das die einzige Möglichkeit? Oder... ...gibt es noch weitere Möglichkeiten? Hmm... ...Arad meint... ...12c ist richtig. Also... ...du denkst auch... ...dass... ...als war... ...wollte... ...viele Spielsachen. Die Frage ist aber... ...was passt alles? Es kann hier... ...eines passen... ...es können hier... ...alle passen... ...es können... ...zwei passen... ...oder... ...drei passen... ...Mirjana schreibt... ...12c... ...was ist mit 12a... ...wenn Peter klein wäre... ...würde er Hilfe brauchen? Das glaubt ihr nicht... ...dass das richtig ist? Oder... ...12b... ...oder vielleicht... ...12d... ...ob Peter klein ist... ...weiß er nicht. In... ...54 Sekunden... ...wissen wir die Antwort... ...Sabri meint... ...ich denke... ...C und A... ...wenn Peter klein wäre... ...würde er Hilfe brauchen... ...Satori... ...meint... ...auch... ...12d... ...seit korrekt... ...also... ...ob Peter klein ist... ...weiß er nicht... ...Mustafa sagt... ...12a... ...12c... ...und 12d... ...sind korrekt... ...Ismeta schreibt... ...noch... ...12a... ...und 12c... ...aber ich glaube... ...das habe ich schon vorgelesen... ...Eva tippt auf... ...12a... ...und 12c... ...noch... ...15 Sekunden... ...und... ...wenn ich Ihnen das sage... ...mit den 15 Sekunden... ...15 Sekunden... ...dann sind im Internet... ...noch 25 Sekunden Zeit... ...die Zeitverzögerung ist heute... ...nicht so wild... ...und die richtige Antwort... ...ist... ...ja... ...es könnte fast alles korrekt sein... ...haha... ...ja... 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 ...jetzt könnt Ihr mich wieder... ...sehen... ...und wieder hören... ...ja... ... ich wollte nur noch sagen... ... bei der letzten Aufgabe... Wenn hier statt dem hätte, also falls Peter klein wäre, wäre er nicht groß, dann wäre diese Antwort auch korrekt. Aber so ist es leider falsch. Genau, die nächste Aufgabe. Clotilde nüs, 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 nüs. Was passt alles? 13a, liebt es am Nachmittag bügeln? 13b. Sagte, dass sie nichts sagen habe. 13c. Lieben es, am Nachmittag bügeln. 13d. Sagen, dass sie nichts sagen hat. Ich lese wieder alle Varianten vor und gebe euch 3 Minuten Zeit. Ich zeige es wieder am Bildschirm. Was passt alles? 13a. Klotilde liebt es, am Nachmittag zu bügeln. 13b. Klotilde sagte, dass sie nichts zu sagen habe. 13c. Klotilde lieben es, am Nachmittag zu bügeln. 13d. Klotilde sagen, dass sie nichts zu sagen hat. Hm. Was passt alles? Nochmal dasselbe System. Was passt alles? 13a. 13b. 13c. Oder 13d. Ich weiß, man muss ein bisschen um die Ecke denken, damit man das gut, wie sagt man, beantworten kann. Aber das ist wie bei dem Prüfungsbogen. Muster vermeint, alle sind korrekt. Oder wenn ich es richtig sage, Muster vermeint, alle seien korrekt. Ja, das ist wie wenn man einen Antwortbogen ausfüllen müsste. Man schaut einerseits die Aufgabe an, andererseits auf einen anderen Zettel. Man überträgt die Antwort. Sabri meint, B sei korrekt. Ich wiederhole nochmal alle Antworten. Was passt alles? 13a. Klotilde liebt es, am Nachmittag zu bügeln. 13b. Klotilde sagte, dass sie nichts zu sagen habe. 13c. Klotilde lieben es, am Nachmittag zu bügeln. 13d. Klotilde sagen, dass sie nichts zu sagen hat. Noch 45 Sekunden. Und Ismeta schreibt, 13a und 13b seien korrekt. Und Marian meint 13a. Eva tippt auf 13a und b. Und Fatme, schönen guten Abend. Tipp gleich mit. Tipp gleich mit, weil dann kannst du deine Antwort gleich festhalten. Ein kleiner Tipp, nehmt das Handy im Querformat, denn dann könnt ihr die Aufgaben besser lesen. Noch 10 Sekunden. Marian ändert auf 13a und 13b. Noch 2 Sekunden und die richtige Antwort ist 13a und 13b. Bei 13c und 13d gibt es Konjugationsprobleme. Da wurde falsch konjugiert. Ja, noch eine Aufgabe. Und zwar, was passt alles? Nis, 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 nis. Ich wiederhole, weil das war so schwierig. Was passt alles? Nüs, 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 ab. 14a Achtung, fährt der Zug ab. 14b Thomas, nimm bitte den Hut ab. 14c Achtung, der Zug fährt ab. 14d Thomas, nimmst du den Hut ab? Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich gebe euch drei Minuten Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Was passt hier alles? 14a Achtung, fährt der Zug ab. 14b Thomas, nimm bitte den Hut ab. 14c Achtung, der Zug fährt ab. 14d Thomas, nimmst du den Hut ab? Was ist korrekt? Hier kann eines korrekt sein, hier können zwei korrekt sein, hier können drei korrekt sein oder auch vier, wollte ich zeigen. Drei oder vier. Ja, eines kann korrekt sein, alle könnten theoretisch auch korrekt sein. Denn hier ist die Frage, was passt alles? Was passt alles? Marian meint, 14b und 14c würden passen. Marinella, hallo, schönen guten Abend, mein 14b und 14c. Mustafa tippt auch, 14b und 14c. Eva meint b und c. Ismeta sagt, 14b und 14c. Sabri tippt auf 14a und 14c. Ja, wenn hier die Satzstellung nicht stimmt, dann kann es sogar zu einem Missverständnis kommen. Da muss man gut aufpassen. Da muss man sehr gut aufpassen. Ja, Azur schreibt, 14b und 14c. Meti, hallo, schönen guten Abend, mein 14b, 14c und 14d seien korrekt. Ob du da recht hast, das weiß ich jetzt nicht. Was passt alles? Strafka meint 14b, 14c seien korrekt. Noch 53 Sekunden. Was passt alles? Achtung, fährt der Zug ab. 14b, Thomas, nimm bitte den Hut ab. 14c, Achtung, der Zug fährt ab. 14d, Thomas, nimmst du den Hut ab. Noch 20 Sekunden bis zur Lösung. Ja, wer geantwortet hat, kann gerne noch den Stream liken. Und wenn ihr auch erschrocken seid, weil ich plötzlich weg war, dann könnt ihr ja mal dieses Symbol nutzen. Hier, das hier. Wo ist mein Pfeil? Hier ist er. Also, wenn ihr erschrocken seid, dann könnt ihr auch das Gesicht nehmen. Mir ist es vorhin so gegangen. Die richtige Antwort ist auf jeden Fall 14b und 14c. Thomas, nimm bitte den Hut ab. Und natürlich auch, Achtung, der Zug fährt ab. Nimmst du den Hut ab, das sagen viele falsch. Ich spreche nicht von Leuten, die Deutsch als Muttersprache sprechen, sondern von anderen. Das ist so, ich habe gerade Deutsch gelernt und irre mich. Deutsch, ja, das bitte müsst ihr ändern. Und beim 14a, bei dem Punkt 14a ist das auch so. Ich habe jetzt noch eine kleine Übung für euch für zu Hause, ja. Das ist die Übung für zu Hause, beziehungsweise, wenn wir dann im Fernsehen nicht mehr zu sehen sind, dann werde ich euch die Lösung zeigen. Die Leute im Fernsehen müssen eine Woche warten bis zur Antwort. Was enthält das Plusquamperfekt? Ja, schaut es euch gut an, macht euch eine Bildschirmfotografie oder bleibt noch dran, weil wir sehen uns dann auf Facebook gleich wieder. Von den Zusehern im Fernsehen möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder live sehen oder in dieser Woche noch bei der einen oder anderen Wiederholung. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.